Krog gibt ein zweites Konzert von Clown Krog. Eine Produktion von Zyx Hörbuch. Also Herr Krog, Sie spielen die Geige, die Klarinette und das Klavier. Sehr gut. Nun möchte ich wissen, ob Sie noch andere Instrumente spielen. Jawohl, ich spiele auch mit der Gäug. Mit was? Mit der Gäug. Wie schreiben Sie das? Mit der Kinte. Was ist das für ein Instrument? Es ist wie eine Flöte. Ziemlich lange. Ungefähr. Ungefähr. Naja, ist lang genug. Blasen Sie aber hinein. Nein, ich blase raus. Herr Krog, Spaß beiseite. Ich habe etwas Besseres für Sie. Kennen Sie dieses Instrument? Nicht möglich. Eine Konzertina. Oh, schade. Warum denn schade? Ich habe meine zu Hause gelassen. Spielen Sie denn auch Konzertina? Oh, jawohl. Aber wenn Sie einen Moment gedulden wollen, hole ich meine. Ja, aber wo wohnen Sie denn? Weit von hier? In Italien. Ja, Italien ist groß. Wo wohnen Sie denn in Italien? Neben Bahnhof. Das ist mir zu weit. Spielen Sie mit dieser. Gerne, aber wir spielen etwas zusammen, nicht? Na ja, los. Na so, gut. 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 Und zusammen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020